so next stop 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 ja danke reicht der letzte foto reicht aber auch ja wo die papiere bitte dankeschön so wie aber die hier schon klar erkannt dann gucken wir doch mal was wir denn hier so haben papiere check im großen ganzen passt das doch schon name frachtbrief jawohl er hat einfach fünf ziegen dabei bitte balchi oder was meis balchi mechos ja wir lassen uns erstmal nichts anmerken notieren bloß schon mal in den unterlagen nachname name vorname da passt doch was nicht was ist los um eine aufmerksamkeitsspanne passt nicht mehr dann kriegen wir das aber doch einfach so hin passt gültig bis 3. mai check passt aufgrund der arbeit passt also soweit alles richtig dann gucken wir mal in den frachtunterlagen siegen fünf ziegen die muss ich nicht mal ausladen du eierkopf ist noch keine fünf ziegen drin willst du mich verkohlen oder wer fünf ziegen ich kommte gleich da vorne hin da verschwende ich aber mal ganz andere zeit alt 5 ziegen 1 2 3 wollen sie ein e kaufen da bin ich hier graf zahl oder was aber was ist denn mit dir nur singen und klatschen in der schule gehabt oder was fünf ziegen da wird erstmal die schmuggel auf schmuggelware gecheckt hier alles das sag ich dir so will ist da kannst ja die ausdenken mit sowas das ist ja die stadt ist ja die härte alter das ist ja die härte alten kommt er mich auf die tour direkt hier an die wand hier kommen rüber was hier drin ist was ja ich kontrolliere schon auch nicht so richtig ne weißt du was weil ich Spaß dran hab lass mir noch mal extra viel zeit ich mach noch mal eine zweite runde ne hast du auch noch fisch geladen oder was ne jo dann gucken wir noch mal hier vorne rein so grinsch alter grüß dich jo ich würde sagen das passt soweit ich hab mal noch nicht auf der fläche ich meine was willst du hier auch in die folie einweben da ist auch nichts drin jo alle du kannst mal hier die du lad mal eben hier die fünf ziegen wieder ein ja fünf ziegen jo alles klar ne frachtbriefe passt nicht was willst du machen einen inspektion ist beendet alter abgelehnt singen und klatschen nicht bestanden ich mach ne fehler sieh mal zu dass du hier land gewinnst alter und mach hier die klappe zu zack jawohl abfahrt wenn er so weitermacht hat er klar wenn er zu hause ankommt hat er nur noch eine ziege hinten drin name nach name wurde wegen falschen dokumenten verboten das land zu betreten ach ich hab frachtbriefen nicht hätte ich mangel müssen ich habe beim frachtbrief nicht den check gemacht ja ja genau vergessen den frachtbrief zu zu notieren naja ich glaube ab ins bett muss ich noch was machen naja ich dachte du hast einen blick drauf warte mal tägliche einkaufspflege blablabla also wir haben wir haben echt geringe kosten hier aber vor nachname nicht kontrolliert doch doch das hatte ich vor nachname war kontrolliert und war auch war auch notiert das war war beides richtig justus grüße genau aber der frachtbrief der war nicht markiert das richtig so da kommt schon der erste kandidat was haben wir denn heute schmuggler okay wir vermuten dass fahrer der gestern nicht zur kontrolle angehalten hat was die grenze zu überqueren zulassungsnummer sef irgendwas okay da müssen wir noch mal ein auge halten draufhalten frachtbrief immer noch also irgendwas mit sef irgendwas oder stehen so ach da kommt schon der nächste komm ran hier einer nur ne einer da geht alter soviel zum thema ladungssicherung soviel zum thema ladungssicherung würde das knapp klein handel einige besucher wenn mit ihr handeln wollen in einem kommunistischen Land sind lebensnotwendige Dinge oft nur auf dem Schwarzmarkt erhältlich. Okay. Zusätzliches Geld? Okay. Der Preis einer Ware in deinem Inventar ist der Preis, für den du den Gegenstand gekauft hast. Oh. Päckchen Zigaretten hab ich gekauft für 38. Er kauft Sack Kartoffeln, Toilettenpapier, wir alle wissen wie wichtig Toilettenpapier ist, Alter. Waschpulver, Päckchen Zigaretten. Verkauft. Psch. Naja, jetzt mach mal nicht einen auf den, oder weil du hier so ein Päckchen Kippen gekauft hast von mir, Alter. So, kommen wir mal hier zu den Fakten. Geil auf Angeln, Alten. Ich danke dir für den geilen Prime Sub. Dritter Monat schon. Danke dir. So, Papiere bitte. So, warte mal, warte mal, warte mal, lass mal gucken. Hallo? Hast du dir gedacht, hast du gedacht, komm, setz dir eine Pelzmütze auf und dann klappt das schon, oder was, oder wie, oder was, oder was, oder wie? Wer bist du denn? Komm, direkt hier. Aussteigen. Und illegale Schwarzmarktgeschäfte hast du auch gemacht. Ich weiß das ganz genau. Oh, so. Erstmal, erstmal setzen wir fest. Passfoto komplett für den Arsch, Alten. Name, falsch. Frachtbrief, passt schon nicht. Name, falsch. Fängt schon gut an. Ei, 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 ei. Das kannst du dir nicht ausdenken. Foto, nicht Nummer. Dankeschön, hast recht. Königreich von Erkai. SEF. Bürschchen, Alter. Ich nehme mich komplett auseinander. Ich sage dir, wie es ist, ne? Was ist das denn hier für eine Tür eigentlich? Hast du einfach alles auseinandergerubbt hier, oder was? Alter. So, weiter geht's. Name. Stimmt nicht. Next. Stimmt nicht. Äh, doch. Check. Check. Gültig bis August. Check. Handel. Alles klar. Check. So, alles ausladen hier. Ausladen. Ach, du Scheiße, Alter. Fangen wir mal an. Komm, raus damit. Raus. Komm. Zack, 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 zack. Ja, ja. Nur mal stehen auf den Stad. Alter, wir müssen das erstmal hier schön kontrollieren. Und wir machen direkt hier den Drogencheck, ey. Direkt die Schmuggelware überprüfen hier. Ich sage dir, wie es ist. Wenn du schon so ankommst hier, so ein stümperhaftes Passfoto, da kommt direkt der Drogencheck. Ich hatte übrigens noch keine Drogen hier heute. Von daher wird mal wieder Zeit für ein paar Drogen. So. Ja, ja. Na gut. Dann gucken wir mal nach. Wann haben wir denn hier? Was soll denn das sein? Aha. Das ist eine Käsekiste. Ist das so? Ja, da müssen wir natürlich nochmal tief reingehen, ne? Da müssen wir natürlich nochmal tief reingehen, Alter. So. Was sagt das denn? Chemische Erzeugnisse. 2. Check. Zement. 6. Check. 1. Gasherd. Check. Käsekiste. 2. 1. Nicht check. Alles klar. Wir notieren. Frachtbrief fehlerhaft. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Sollen wir hier die Dinge alle aufbrechen? Oder nicht? Oder nicht? Käse ist drin. Check. Muss ich das alles aufbrechen? Check. War eigentlich ein Anhaltspunkt? Muss ich das machen? Kann ich das machen? Check. Okay. Wenn die Schlangenmarkierung drauf ist? Jo. Kannst alles wieder... Äh, warte mal. Einladen. Die schrottige Ware. Arosko Varyshu. Jo. Die fragile Käsekiste. Ja, Mann. Jo. Äh, danke schön. Ähm. Abgelehnt. Kauf dir mal einen neuen Bart, Alter. Naja, ich komm dir gleich dahin, Bürschchen. Aber jetzt hier, Schub. Wie lehrt, Alter, kannst du ja nicht ausdenken. Das kannst du ja auch nicht ausdenken. Hast du recht, Innenraum nicht kontrolliert. Hast du recht, Fahrerkabine nicht kontrolliert. Hoffen wir mal auf trotz allem 100%. 80. Der Fahrer erfüllt nicht Anforderungen, das Land zu betreten. Was fehlte? Wurde wegen falschen Dokumenten... ...Name. Foto und Frachtbrief. Großartiges Ergebnis. Aber irgendwas fehlte. Irgendwas war nicht... Irgendwas fehlte noch. Irgendwas fehlte noch. War zwar gut, aber nicht perfekt. Next! Ach du Scheiße, hat er ja eine halbe Kuh dabei, oder was? Oder eine ganze? Ach du Scheiße. Muss ich jetzt gleich hier eine Kohlen schippen, oder was? Habe ich noch irgendwo... Sag mal, habe ich eigentlich noch einen Gefangenen? Loll, ich habe immer noch einen Gefangenen. Ah, mit der Missgabe gleich mal drin rumstochern. Das sieht ja schon wieder aus hier, ne? Ja, ja, ja. Ataici, Ataici. Kommandoru, Alter. Ich komme nicht gleich dahin. Er wollte es dann noch höher halten, oder wie? Ey, 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 ey! Ich muss den Alarm anmachen. Die Tür ist auch noch offen. Tür ist zu. Das kannst du dir nicht ausdenken. Meine Scheibe, Alter. Meine Scheibe, Alter. Ein wichtiger Telefonanruf zum Grenzposten. Lol, was soll ich noch alles machen? Meine Scheibe ist kaputt, ey, ich muss den voll wegraben. Ob das irgendwie auch irgendwie... Ob das irgendwie auch irgendwie... Das hätte bestimmt auch anders funktioniert. Weg da! Polizia! Sag ich doch! Telefon! Hier, äh, Grenzposten, Station, Außenposten, mitten im Wald! Rebellen in der Nähe des Sägewerks? Mich beeilen? Was soll ich denn machen? Mit meinem Taschenmesser Rebellen aufhalten? what? Oh! Halt, wer da! Alter, jetzt geht's ab hier. Hör mal, Freilich. Reparier mal hier das Tor, ey. Da sieht er aus. Kann ich, gar nicht. Komm, rein da! Ja, Rabotti Problemsgeier, Attacke Vollgas, wir müssen hier, wir müssen, äh, Rebellen vernichten. Die fahren komplett irgendwo gegen, ey. Alter, wo muss ich denn eigentlich hin? Sägewerk, wir sind genau richtig. Die Musik ist auch genau passend. Alarmm! Der Reis, hab wir ja eine Fades machen, ist oder? Geh, 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 geh. Was? Was? Wollt ihr mich verarschen? Lässt sie mit Kriminellin ein? Wollt ihr mich verarschen? Bis zum nächsten Mal.